Nach 380 Kilometern und 80 Stationen ist, ich trete an, zu Ende. Hier am Franz-Stopp-Denkmal an der St. Johanniskirche in Nähe am Marktplatz des Schützen-Posmatitis. Und ja, es gäbe sehr, sehr viel zu erzählen. Ich fange einfach mal am Anfang an, am Sofienhammer. Das war sensationell, als wir losgeschubt wurden, Achim und ich. Da kam ich aus dem Büro raus, da standen plötzlich 50, 60 Mitarbeiter mit FDP-Luftballons. Einer ergriff das Wort und sagte, Carlo, du gehst jetzt eine Woche auf Tour, wir freuen uns alle. Und ich war total überrascht und dachte, was die wohl meinen. Und dann setzte der noch einen drauf und sagte, und wir wünschen dir viel Glück und Erfolg und ab September kommst du dann gar nicht mehr. Und alle jubelten noch mehr. Also irgendwie war es ein guter Start. Ein bisschen drüber nachdenken muss ich trotzdem. Als erstes möchte ich hier mal ein riesengroßes Dankeschön sagen ans Team. Achim, unser Tourleiter, fantastisch geplant. Wir waren fünf Minuten vor der angekündigten Endzeit hier am Brandstock-Denkmal. Max, du machst die Aufnahmen. Ich weiß nicht, wie viele Statements du eingefangen hast und wie viele Bilder. Max und Florenz sind super gefahren. Ich glaube, Max packt gerade sogar noch. Karin hat die Termine vorbereitet und viele, viele mehr. Ohne eben, wäre das alles nicht gegangen. Es gibt dazu ein afrikanisches Sprichwort. Willst du schnell gehen, geh allein. Willst du weit kommen, fahren mit der ganzen Mannschaft. Und das hat also super geklappt. Ganz fantastisch. Riesengrößtes Dankeschön. Zweiter Punkt. Es sind auch welche mitgekommen. Werner direkt am Montag. Rebecca und Thomas am Dienstag. Heike und Rudolf. Toll, dass ihr heute mit dabei wart. Und Christoph Dahlmann war bei der längsten Etappe 92 Kilometer bis nach Maasberg mit rausgefahren. Super. Der dritte Punkt. Ja, wir kommen langsam zu der Quizfrage. Was haben Franz Stock und Forrest Gump gemeinsam? Ich habe also hier mal drei Antworten dabei, die ein Quiz gewonnen haben. Und da fangen wir mal an. Beide durchleben die Geschichte ihrer jeweiligen Länder, beziehungsweise prägten diese. Forrest Gump prägt in dem Film die amerikanische Geschichte und Franz Stock die Jan Hüstener Geschichte. Tanja, super. Du kriegst einen Quiz. Vielen Dank, dass du mitgebracht hast. Dann haben wir hier... Beide haben gerne Schach gespielt. Bettina, super recherchiert. Das kommt ja im Film gar nicht vor, dass Forrest Gump Schach spielt, aber in dem Film zugrunde das ist ein besiegene Roman. Du hast also sehr gut recherchiert. Vielen Dank Bettina, ein Quiz für dich. Und dann haben wir hier... Beide haben etwas zur Völkerverständigung beigetragen. Von Stock zwischen Deutschland und Frankreich, Forrest Gump zwischen China und den USA. Irgendwie aktueller denn je, oder? Schreibt Rainer Schulte. Rainer, vielen Dank für deinen Beitrag. Du gewinnst auch ein Quiz. Ich habe mir zu der Frage auch Gedanken gemacht und bevor ich sie sozusagen für mich beantworten möchte, möchte ich erst mal auf die Unterschiede hinweisen. Franz Stock war ein Held der Wirklichkeit. Forrest Gump ein Held der Dichtung des Films. Franz Stock ist jung und erschöpft gestorben, hat seinen Aufgaben bekommen am Ende. Forrest Gump dagegen war am Ende reich, alleinerziehend und in der Geschichte bleibt etwas offen bei der Stelle. Forrest Gump war nicht sehr gebildet. Er war eher einfach. Franz Stock war Akademik. Das, was die beiden verbindet, ist, sie haben mit ihren Aufgaben, sie haben ihre Aufgaben angenommen und ihr Bestes gelebt. Und das ist das, wie ich sage, die sind beide Vorbild für mich, der eine in der Wirklichkeit, der andere im Film. Sie haben die Aufgaben, die das Leben ihnen gestellt hat, angenommen und ihr Bestes gegeben. Mehr kann man eigentlich nicht tun. Ich werde in diesem Wahlkampf nichts zersprechen, was ich nicht halten kann, aber eins zerspreche ich an dieser Stelle. Ich werde mein Bestes geben. Zukunft schliegen, denke ich an euch. Danke. Danke. Damit türen. gut